Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo mit mir in dem Flo und zwar ist das jetzt eine Ankündigung, zwar eine Ankündigung für weitere Videos, auf die ihr euch freuen könnt. Und zwar werde ich immer am Ende vom Monat, das heißt 12 Mal im Jahr, das heißt eigentlich Ende von jedem Monat werde ich einen kurzen Überblick machen, was in diesem Monat passiert ist im Fußball und einfach so die aktuellen Themen und News einfach kurz und alles zusammenfassen. In der Bundesliga werde ich nach jedem Spieltag, also sobald alle Teams gespielt haben, werde ich ein paar Stunden danach ein Review hochladen, das heißt Resultate anzeigen, wie sich so die Teams gebessert oder verschlechtert haben und einfach so einen allgemeinen Überblick und Statistiken von diesem Spieltag. Das heißt, es wird euch jede Woche so ein Video geben und wenn das so mit der Bundesliga gut klappt, werde ich vielleicht auch weitere Ligen dazunehmen oder Champions League und Europa League. Ich hoffe euch gefällt dieses Format, bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao! Wow! 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 Yeah! Wow! 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 Untertitelung des ZDF, 2020